Alles Gute zum Muttersöndli-Tag! Hey, ich sag's schon jetzt, am Sonntag ist Muttertag, aber verzichtet auf Blumen oder Praline und vor allem auf Parfüme. Sondern tue der Mami einfach etwas Liebes, zum Beispiel die jährliche IT-Support. Fuck, TV-Box spinnt. Hey, Fernsehrichtung einstellen wäre eigentlich schon heute Abend wichtig. ISC Halbfinale in England. Ich freue mich auf schnulzige Songs, noch schrägere Outfits. Hey, der englische Kandidat hat schon mal crazy vorgelegt. Aber wenigstens ist der schon über 16. Sorry, wenn am Sonntag Muttertag ist, dann ist heute Abend Muttersöndli-Tag. Ja, geile Stimme, aber vor allem ist er nicht herzig. Stacht die Nummer Nacht heute Abend. Unser Remo Vorher. Falsch, das ist Marius Baer vom ISC 2022. Ei, wieder falsch, das ist Luca Henni vom ESC 2019. Schon wieder falsch, das ist John Stears von 2021. Ah, jetzt stimmt's. Sie sind aber auch schwierig auseinanderzuhalten. Es ist schon bitter genug, dass Schweizer Late-Night-Shows nur von Typen gehostet werden. Aber ein ESC schickt mir anscheinend sogar immer wieder der gleiche Junge in die Burst. Und das, obwohl der Kandidat oder der Kandidatin jeweils von 100 ZuschauerInnen unter 20-köpfige internationalen Fachjury ausgewählt wird. Haben wir ein Bild dieser Jury? Okay, jetzt ist mir einiges klar. Sogar einen Blick ist der feuernde Frauenanteil in der Schweizer Auswahl aufgefallen. Zero Frauen. Tatsächlich ist die Restfrau, die solo für die Schweiz angetreten ist, schon eine Weile her. 2016 hat es die da versucht. Er hat die Nationalrätin Jacqueline Padron am ISC gesungen. Was kommt da so? Trotzdem, kein Grund auch in Zukunft nur jungen Posten zu schicken. Aber hey, schlussendlich ist ja klar, was am ISC zählt. Nämlich sicher nicht das Geschlecht, sondern das Outfit. Ich habe es auch probiert. Ich habe mich eigentlich extrem unwohl gefühlt, also mit dem Umlauf von Backstage. Hey, aber jetzt ist ich fertig mit Backstage rumhängen mit dem Buben. Jetzt geht es raus und auf die Bühne, Remo. Viel Glück, alle Mammis. Schauen zu und drücken dort rum. Gut, wenn sie es schaffen, den Fernseher einzustellen. Das ist die Fernbedienung für die Storre. Das erklärt auch, warum gestern auf allen Sendern das Gleiche gekommen ist. Der ganze Sketch und vieles mehr gibt es am Muttertag bei Deville. Um 20 vor 10 Uhr auf SRF 1. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017